Mach mal danach. Jetzt ist es dann los. Mal einen Hotsch. Ich bin hier gleich. Oh, ihr Hotsch. Ich bin hier gleich. Ich bin hier gleich. Ich bin hier gleich. One hot. Ende gleich. Oh, Rion. Ich würde noch ganz gerne nehmen. War Adriana noch? In Phase dann. Wir haben hier kurz training wegen dem Debuff. Ist sehr low gewesen. War Adriana zurück. Und so. Geht zum blauen Mark. Kommt. Rechte Kursen. Blaster und verteilen. Uli. Kommen wir ein bisschen weiter zurück. Die Ranges. Auf Adriana zurück. Zum Bikersen. Chakram rechts raus. Nächste Ketten-Go. Ganz hinten. Wer auch immer das steht. Chakram und wieder auf dem Highland. Raus. Die Kursen. Geist. Rechte Kursen. Der Erziele. Passt. Ich bin so lange in der Mitte. Dass er voll geältzt. Kommt schön weit nach links. Hier ist noch extrem viel Platz. Winde. David. Freepost. Der kommt vielleicht während der Winde noch. Aus der Auffassung. Nix. Nix. Und Chakram nix. Kommt bitte weiter links rüber guys. Wir posten dann nach Winde. Wir laufen irgendwann dann. Wir posten dann nach Winde. Wir posten dann nach Winde. Und nach Winde. Bye. Schakram nix. Schakram nix. Und auch Freya zum Unterbrechen. Kommt nachher in die Mitte zum Blauen. Kommt zu Blau. Kommt zu Blau. Die Kursen gleich. Wir haben Blast im Fortalen. Schakram nix. Schakram nix. Kia hat. Pass dem Camp auf gerade. Fast im Camp auf gerade. Der ist da rein gefahren. Schakram nix. Gleich die Cursor und danach gleich die Cursor. Chakram nach links. Geht rechts rüber. Winde. Erst auf dem Hidro zum Ding. HX hat. Ich hab alles schon. Könnt werfen nochmal. Die Winde noch. Zwei noch. Struh noch. Kommt rechts dann rüber und steht verteilt rechts. Werft dann die Hidro und gleich die Cursor. Adrienne. Für Bomben. Die Cursor. Oder auch nicht. Aska. Kommt rüber weiter. Danke. Vailen aufheben bitte. Winde. Rüber auf Blix. Wir posten ja nach. Das sind. Aska, du hast kurz. Ja. Chakram. Können wir in der Intermission bitte gleich mit dem Raw ganz links rüberspielen. Wenn du hast Mumpy. Ja. Für Post und Binde weiß ich nicht was gleichzeitig herkommt. Ich hab Raw in der Minute. Naja das reicht nicht. Aber es ist genug Platz jetzt. Geht. Läuft schnell weiter. Zwei Prozent Phase. Phase. Alles klar. Kommt zu blau hinten. Gleich die Cursor. Guckt wie ihr steht Minis. Blast dann verteilen. Geht jetzt außerhalb. Ketten. Mozi hat. Freier zurück. Zum Cursor. Kommt zusammen. Dann Blast. Und kicken. Und. Stellt euch verteilt ins Haus. Dorak retzen. Retzt Dorak. Geht links drüber. Geht links drüber. Verteilt euch. Scharkams gehen rechts raus. Nein, ich retz nicht mehr. Ich hoffe. Was? Okay. Hast du gehabt? Warum mach bitte nochmal BL? Fast. Vorbei für die Waffe. Muss dann auf freier Werfen für. Kicken und die Kasse. Gibt kein Kicken mehr. Warrod. War's gut. Jetzt Healer Healer. Hau X. Verteilt. Dorak. Ich hab Healer gesagt. Aber. Passt. Verposte gleich. Habt ihr noch Ads? Wir haben keine Ads mehr. Dann werft mir zu. Verposte. Okay. Umanat. Chakram. Neue. Neue. Für den Cooldown. Tristan. Verhalt euch danach. Wende werfen. Verposte. Schaum. Tristan nochmal bitte. Uman. Lass doch immer Uman dann. Verposte aufheben. Die war von dem Ding. Ja, okay. Ab. Und mir wieder gehen. Endless. Ass. G 0. Und bei der Die Masken. G 8. Vom准. Nne seconds. nicht mehr. Es geht schon weiter. Echt nicht. Endlich. Also. Frisch.